So, ich weiß gar nicht wie viele Level ich heute noch mache. Das Problem ist, die sind halt so ultra schnell vorbei. Aber ich will das nicht. Ich geh am besten oben ab. Ist mir persönlich sicherer. Scheiße. Na komm, geh wieder runter. Nein, du gehst jetzt runter. Geh jetzt runter. Dankeschön. Du auch? Runter mit dir. Runter. Danke. Und du? Runter mit dir. Du gehst jetzt sowas runter. Ich hau dich. Oh Gott, ich hab echt keinen Bock. Auf diese ganze Kacke. Ich glaub, das wird genauso wie MyTest 2. Äh, MiniTest. Hä? Ne, Quatsch. Wie MiniDoom. So. Soll das Player wahrscheinlich niemals bänden werden. Wow, 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 wow. So, du jetzt runter. Dankeschön. Ehi, Ehi. Ehi, Ehi. Achja, ich kann ja gar nicht smashen, wenn ich so klein bin. Scheiße. Ja, ich bin wieder groß. Geht ab, jetzt kann ich nur wieder smashen. Ich hab's geschafft! Bitches! 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 Scheiße! Oh! Oh! Okay! Das ist doch ein bisschen... Was stimmt denn hier? Ich kann nicht smaschen! Oh! Ich hab' keinen Bock mehr! Oh! Ich kann nicht smaschen! Ich hab' keinen Bock mehr! Ich kann nicht smaschen! Kommt man hier unten runter? Kann ich hier wieder so ein Geheimweggang? Weil es gibt so Levels, da kann man hier auch... Ich guck' jetzt einfach mal ganz kurz, okay? Kann man hier so runterfallen und dann... Jawoll! War doch cool! Da ging's nach links sogar noch weiter! Fuck you! Jawoll! So, dann gucken wir mal nach links und da hat man auch schon neue Falle gesehen, da diese sind ja bei den Plätzen... Die sind böse! Ich sag' mal nur so viel! Na komm! Achso! Ich bin mit! Ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Wir werden so sterben! Danke! Bitte! Nein! Ich wollte eine Feuerblume! Sind doch alle krank! Ich will hinten anstellen! Bam! 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 Fuck! Da geht's ja noch weiter nach links! Alter! Ich war ja noch nie! Yay! Nein! Oh, das gibt's doch gar nicht! Nein! Wie gesagt, wenn ich oben Talabin auf Null bin, dann wisst ihr ja Bescheid! Okay! So, der Trug ist das doch! So, du! Er kommt! Ihr sterben! Alle! Danke! Danke! Ach, das von die... Dann sind die da unten mal gestorben! Ah, okay! Also jetzt müsste ich freie Bahn haben! Sagte er und starb! Oh, Alter! War ja wirklich krass! Alter, jetzt guck mal her hier! Nein! Oh, nein! Deine Mutter! Hätte ich wissen müssen! Hat er doch gerade durch gehabt! Was tut das? Fick! 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 So, jetzt hier! Bam! Bam! Nee, so! Uua! So, das ist alles gerade! Das gibt's doch gar nicht! Das gibt's doch gar nicht! Wie kann ein Mensch so viel Dummheit eigentlich ertragen? Alles, was ich will! Das ist ein kleines bisschen Sushi! Jetzt müssen wir auch noch zurück! Ähm... Also, ne? Wenn du um 0, ne? Das ist doch schon, ne? Muss ich nichts mehr zu sagen! Kommen wir da jetzt hoch? Ja, ne? Doch! In der großen Form können wir ja smashen! Jawoll! Dann müssen wir ja zum Taler wieder zurück, teilweise! Ja, nee, gar nicht! Wer kommt da jetzt hoch? Ich hab' mal für 500! Von 500.000! Ist jetzt aber nicht die feine Art hier! Oh Mann ey! Das ist doch alles so unfair! So gelogen! So getrogen! Ich fühl mich da gangen! Und gefangen! Ah! 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 Ja! Da gibt's definitiv, da kann ja schon immer und wieder propre! Oder so! Noch immer mehr! Oh Gott! Hä? Kann du, was hau du SEEkt? Ah! Ich ... Das war gerade die Schnallung! Ich war für die Goldmusik. Die haben ihre Kamera さ'n wasilaise Daights! das wird nichts mehr okay raus ich bin raus ja ja das ist ein witziger bach also er sagt er sagt jetzt das das hatte ich mich gleich in einer rund ja ich glaube wir haben zwölf levels aufgenommen das reicht erst mal ich werde danach erst mal wieder ein bisschen ein bisschen spiel ich tactical mode oder fange ich vom spannen an na gut wenn ich will also auf jeden fall das war es erstmal für heute mit SuperTux. In dem Sinne. Schau mit Frau.